Der Chef fängt an zu regnen, der Chef muss einen Bulldog heimfahren. Guck, er rollt, er rollt. Jawoll. So, ich mach den jetzt. Kassel auf den Main für ein paar Bulldogs. Jungen geschehen. Dankeschön. Super. Das war's. Der Traktor, der neue, gefällt mir nicht. Der ist schöner. Das meine ich auch. Tschüss. Tschüss. Kitty, you want to have a bit of cream? Yeah. That's good. It's so easy.